Also was auf 17 Meeren kann das sein? Das unbekannte Objekt sieht sehr bekannt aus, Käpt'n. Sehr bekannt sogar. Pipi! Ich heiße Pipi und ruf laut Hurra! Ich bin wieder da. Land Ahoy! Ja, da hast du recht, Tommy. Da vorn liegt sie, die schöne Insel Takatukaland. Bist du denn wirklich so stark, wie von dir erzählt wird? Ich zeig es euch. Pipi Langstrumpf ist zurück im Kino. Juhu! Sagt mir auch mal was! Entschuldigung, ich hab euch nicht verstanden. Nimm bitte das Messer aus dem Mund. Ich sagte, gebt auf, oder? Oder grrrr! Oder grrrr! Gebt nicht auf! Gibt's noch was anderes zwischen grrrr aufgeben und grrrr nicht aufgeben? Äh, was? Ein grrrr! Zeig's dir, Pipi! Drei Hippipuras auf Pipi! Hippip! Hurra! Hippip! Hurra! Das war doch lustig! Die Schreierei bringt uns auch nicht weiter! Pipi Langstrumpf in der Südsee. Endlich im Kino! Die Schreierei bringt uns beyonches! Bewe "...